erlaubt ohne euch mag ich nicht ihr schlafenden und uns Kälte und Vertraut bleiben können wo ich nicht extra Schiff für drinnen was ist schrift ja für Schnellschnellschnell er ist es schrift auf jeden Fall nix was mich interessiert gerade ja what the hell eine Feder bringt die mir was bringt mir dieser Delfin was äh ah cool cool wow nicht cool äh äh ja ich spiel ich in Eiswasser ist das gut oder ist das schlecht äh oh ne du was machst du denn hier äh ich glaube nicht dass du irgendwie hier reinpasst mein Freund Biggie Biggie Bossy äh ähm Big Boss du passt nicht in dieses Level irgendwie rein wenn ich deinen Namen ähm nicht verwechselt habe mit einem anderen Tierchen Super Mario Brothers hieß er nämlich Boss Bass und er schwimmt durch die Wand ja ein sehr intelligentes tolles Spiel ich hab ne E-Mail gekriegt ich muss an einem Tag mindestens zehn Videos machen nacheinander dann krieg ich zehn E-Mails mindestens pro Tag das wäre ziemlich geil also nicht dass ich E-Mail Spam toll finde aber aber E-Mail bedeutet meistens dass mich irgendjemand abonniert hat oder dass jemand einen Kommentar auf einen meiner Kommentare oder Videos geschrieben hat und das finde ich toll von daher von daher ouch ouch joshy nooo fuck nicht gut gelaufen über perfekte ok ich will meine Feder haben ähm ja ist logisch ne ah da oben ist wieder einer unserer meiner Freunde D D D Röhre könnte ich nur betreten wenn ich alles in Kombination gemacht hätte irgendwie kein Plan äh Big Boss du schwimmst irgendwie durch Wände das macht mich das verwirrt mich das finde ich gar nicht gut und weißt du warum nicht ein Big Boss allein ist schon schlimm aber wenn er auch noch durch Wände schwimmen kann heilige Scheiße okay ja jetzt habe ich kein joshy mehr logisch wieso wo hätte ich ihm den joshy gekriegt seltsames Spiel aber jetzt renne ich viel schneller oder will ich mir das nur ein ein Bild ich bin auf den ein ich bin mir zum Beispiel ein dass Mario grad schwimmt er kann nicht schwimmen er ist ein Klempner ein Klempner braucht nicht zu schwimmen Klempner sind doch meistens eh so dumm dass die nix können außer Klempnern oder whatever das Nomen dafür ist äh das Verb er ist ja ist la ist la ja äh bin grad voll verwirrt irgendwie oder so keine Ahnung okay Beeilung hurry up oder auch nicht doch bitte ich bitte darum aufzuhören ab äh okay ab hier ist noch einfach Big Boss ich schwimm über dich hinweg ah äh ah 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 oh ich bin so doof hier unten war doch irgendwo ein B-Switch mich schwimmt er da hinten ist er fuck ah ich mach nochmal Rewind ah Mist muss ich warten und Big Boss schwimmt unter mir hast du daran Spaß du Arsch und warum habe ich das Teil nicht eingesammelt Big Boss ich mag dich nicht ja schon durch schwimmen durch die Wand genau als wenn du allein nicht schon schlimm genug wärst du riesiger dicker Korallen Fisch was äh du ja Korallen Fisch halt ne gar Korallen Fisch hallo ab wo ist der P-Switch hin oh ja Sprite Limitations for the win okay komm runter Delphi so mach mir das Wasser eisig damit ich da rein kann und den Secret Exit holen okay mich würde aber mal interessieren wo der Secret Exit bei den anderen Welten ist in diesem Video werde ich hauptsächlich die Secret Exits von den Star Welten von den Star Welten holen oh nein das Level ich mag es nicht warum hier das Secret Exit kann überall sein hallo ja toll das hilft mir weiter total okay egal den suche ich jetzt erstmal nicht so was nein aaaah stirb 5 ah ja ich muss alle Coopers töten nehm ich mal an nehm ich das richtig an äh hallo ja das nehm ich wohl richtig an ah so geht das so geht der ah ja man sollte auch hallo Mario springen danke ja spring in den Tod das war eigentlich damit nicht gemeint Mario alter oh fuck it ah 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 Hilfe rescue me noch einer von der Sorte ah lass es sein Cooper sonst bist du tot bist du sowieso aber egal was was bitte was was ist jetzt kaputt was ist kaputt